Herzlich willkommen zur Talk24 am 7. April. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt zunächst keine allgemeine Impfpflicht. Im Bundestag fand heute der Vorschlag nach einer Impfpflicht ab 60 Jahren keine Mehrheit. Der FDP-Politiker André Ullmann, der sich für den Entwurf eingesetzt hatte, sagte, nun müsse zumindest eine Beratungspflicht durchgesetzt werden. Beschäftigte in Deutschland sind eine Umfrage zufolge eher zu einem Jobwechsel bereit als in den Vorjahren. 23 Prozent der Beschäftigten denken darüber nach, im kommenden Jahr ihren Arbeitgeber zu wechseln, teilte das Beratungsunternehmen Gallup mit. Die Deutsche Apotheker und Ärztebank will ihren Anteilseignern eine Dividende von 7 Prozent zahlen. Darin enthalten sind allerdings Zahlungen für die Jahre 2020 und 2021. Die Europäische Zentralbank hatte nämlich im vergangenen Jahr Ausschüttungen verboten. Ankommende UkrainerInnen erhalten in Berlin zeitnah nach der Registrierung eine elektronische Gesundheitskarte. Mit dieser ist die Versorgung mit Arzneimitteln in Apotheken unproblematisch. Als Kostenträger ist eine von vier Krankenkassen eingetragen, mit denen das Land Berlin eine entsprechende Vereinbarung geschlossen hat. Die Apotheken müssen bei der Rezeptbelieferung dann die Lieferverträge dieser Krankenkassen beachten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.